Schönen guten Morgen aus Berlin und schönen guten Morgen, Herr Trittin. Guten Morgen. Herr Trittin, auch nach den Friedensgesprächen in Saudi-Arabien gibt es wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. Ihre Parteikollegin, die Außenministerin Anna-Nelena Baerbock, gibt sich trotzdem ein bisschen verhalten optimistisch. Muss sie das als Außenministerin oder gibt es tatsächlich doch auch in ihren Augen ein kleines bisschen Hoffnung auf ein Anfang vom Ende des Krieges in der Ukraine? Jeder ist ein klares Signal. Die deutsche Bundesregierung, die NATO-Staaten, aber eben auch die Länder des globalen Südens, große Länder wie China, wie Saudi-Arabien, wollen, dass dieser Krieg beendet wird. Damit erhöht sich der Druck auf Russland, hier zu einer Beendigung des Krieges zu kommen. Das wird nicht morgen früh passieren, aber ich glaube, der diplomatische Druck wächst auf Russland. Was glauben Sie, wie lange dauert es noch, bis wir da auf ein Ende hoffen können? Da wäre ich jetzt überfragt, dieses zu tun. Man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Maßnahmen, die Einbeziehung gerade von solchen Schlüsselstaaten des globalen Südens in einen politischen Prozess, die Illusionen im Kreml beenden, dass sie eine Front gegen den Westen aufbauen können. Die Ukraine, die bittet ja um Taurus-Marsch-Flugkörper. Die Bundesregierung ist bislang dagegen, diese schweren Waffen zu liefern. Sie war aber bislang immer am Anfang dagegen und es war eine Frage der Zeit, bis sie ihre Meinung geändert hat. Wird sie auch in diesem Fall ihre Meinung ändern und den Bitten der Ukraine nachgeben? Mein Tipp ist, man solle sich mal anschauen, wie das mit den Panzern gewesen ist. Wir haben bisher großen Wert darauf gelegt, dass wir als zweitgrößter Lieferant von Waffen an die Ukraine nach den USA immer im Gleichklang mit den USA handeln. Das wird auch in diesem Fall so sein. Also wird es die Taurus-Marsch-Flugkörper geben oder nicht? Das ist eine Frage, die Sie in Washington stellen müssen. Ich glaube, hier findet die Abstimmung statt. Herr Trittin, wir kommen zu einem anderen Thema. Gestern hat die AfD ihr Programm zur Europawahl festgelegt. Sie schlägt einen etwas gemäßigteren Kurs ein als zunächst befürchtet. Geht nicht mehr auf die Zerschlagung der EU, sondern auf eine Neugründung als sogenannter Bund europäischer Nationen. Macht Ihnen das eigentlich noch mehr Sorge, wenn die AfD einen milderen Kurs einschlägt und sich so mit Mehrheitsmeinungen beugt, um dann noch anschlussfähiger zu werden? Ich sehe das überhaupt nicht so. Die neue Formulierung ist nichts anderes als die alte. Man möchte die Europäische Union so, wie sie gegründet worden ist, als ein Friedensprojekt, als die Antwort auf zwei Weltkriege. Nämlich, die lautete, wir verknüpfen die Gesellschaften Europas so, dass es zwischen den Nationen keinen Grund mehr gibt, gegeneinander Krieg zu führen. Genau das will die AfD aufkündigen. Und der Bund der Nationen, die sie hier predigen, ist nichts anderes als die Rückkehr zu den Zuständen, die wir in den 20er und 30er Jahren gehabt haben. Übrigens, damals gab es auch schon Verträge zwischen Nationen. Zum Beispiel gab es einen Vertrag zwischen dem damaligen Deutschland und der Sowjetunion über die Aufteilung Polens. Das war sozusagen der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was ist das denn eigentlich für ein Signal an die anderen europäischen Nationen und vielleicht auch an die ganze Welt, wenn jetzt aus Deutschland so eine Forderung kommt von einer Partei, die momentan laut Umfragen zumindest jeder fünfte Deutsche wählen würde? Ich glaube, dass es ein sehr fatales Signal ist, weil damit kommen all die Befürchtungen wieder hoch, denen wir übrigens in einem breiten Konsens von Grünen bis zur CDU nach der deutschen Vereinigung ja bewusst entgegengetreten sind. Wir haben Deutschland unverbrüchlich, und so steht es im Grundgesetz, in die Europäische Union eingebunden. Wir haben auf das, worauf viele Westdeutsche stolz waren, die D-Mark aufgegeben zugunsten eines politischen Projektes. Und das ist der Euro gewesen. Dies alles diente dazu, die Besorgnisse unserer Nachbarn vor einem neu erstarkten und aggressiven Deutschland endgültig auszuhebeln. Und die AfD demonstriert mit diesem Europaprogramm, dass sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Sie ist eine faschistische, verfassungsfeindliche Partei. Die AfD wird ja von vielen auch aus Protest gewählt, oder die Menschen wenden sich ihr zu aus Protest. Auch aus Protest gegen die Energiepolitik der Ampelregierung. Jetzt hat der bayerische Ministerpräsident Söder gestern angekündigt, dass er im Fall eines Wahlsieges in 2025, wenn dann immer noch eine Energiekrise besteht, eine Reaktivierung der Atomkraftwerke will. Sie haben sich ihr ganzes politisches Leben eingesetzt für eine Beendigung der Atomkraftwerke und der Kernkraft. Was geht Ihnen vor, wenn Sie das hören? Erstens, man wählt nicht AfD aus Protest, sondern weil man die Inhalte, und das sind nun mal ausländerfeindliche, sind faschistische Inhalte teilt. Ich halte das für fahrlässig, hier von Protest zu reden. Aber die Umfragen zeigen das ja. Das Zweite, was ganz einfach ist, nein, die teilen die Einstellung der AfD. Sie sind fremdenfeindlich und das muss man auch so benennen. Und was Herrn Söder angeht, dann wünsche ich frohe Verrichtung. Er wird dafür weder eine politische Mehrheit, keinen Koalitionspartner finden. Und er müsste im Übrigen die jetzigen Atomkraftwerke neu zulassen. Und keines der bestehenden Atomkraftwerke würde diesen Test bestehen. Okay, aber wenn die tatsächlich jetzt an die Macht kommen in 2025, dann könnten Sie das ja theoretisch machen. Ja, weil Herr Söder träumt von einer absoluten Mehrheit, ich sehe sonst keinen Koalitionspartner, der ihm dabei die Hand reichen könnte. Und im Übrigen glaube ich, dass wir alle uns klar machen müssen, ein neues Atomkraftwerk produziert die Kilowattstunde für über 20 Cent. Eine Solaranlage, ein Windrad für unter 5. Das heißt, wer wirklich wettbewerbsfähige Strompreise will, der muss das tun, was Herr Söder in Bayern verhindert, nämlich massiv den Ausbau erneuerbarer Energie nach vorne treibt. Das bringt den Strompreis nach unten. So einfach ist das. Sagt Jürgen Trittin von den Grünen und damit vielen Dank an Sie und zurück nach Köln.